If you ain't got nothing and there's nothing to lose, you gotta be wild! Be wild! Als einziges Team in diesem Turnier ist der SC Dynamo noch umgeschlagen, aber das zählt heute nicht. So werden wir direkt in die Hölle schießen! Alles ist gut, solange du wild bist! Und jetzt, liebe Fußballfreunde, rollt der Ball! Nach wenigen Spielzügen ist hier klar, dass sich beide Teams freiwillig keinen Zentimeter Raumgewinn schenken. Und jetzt eine Eins-gegen-eins-Situation! Da! Durchbruch des Dynamo-Stürmers! Abwehr! Und sofort wird ein Gegenangriff der wilden Kerle eingeleitet! Man, Schiri, hast du keine Augen im Kopf! Bleib ruhig, alter Freund, sonst riskierst du noch einen Platzverwalt! Angriff über rechts, Schuss im Moment! Tor! Das erste Tor ist gefallen für den SC Dynamo! Schiebe noch mal! Bleib locker, das zahlen wir Ihnen gleich zurück! Wir reden gerade und lassen sich aber nicht beeindrucken! Und Tor! Respekt, das war ein schneller Ausgleich! Das Spiel ist wieder völlig offensichtlich! Be wild! And you're always the winner! Be wild! Was? Wer микranker! Wでした, Either Kabo- includes einen Roller-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Wir drücken hier Dinge und aufhörst es nicht? Wir drücken jetzt da ein Teil des Charnaesens. Du bist doch Leute! Angehend bei einem Jungen-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton, Was? Warne nicht die Zeit... Wir morgen!